Eine wunderschöne Hochzeit. Lucy und Lynn sind auf einer Hochzeit. Was für eine wunderschöne Hochzeit! Das Hotel ist fantastisch. Und das Essen ist lecker. Sind die Gabeln aus Gold? Ja, komm, wir stehlen eine. Nein, zwei. Eine für dich, eine für mich. Die Hochzeit war bestimmt total teuer. Was denkst du, wie teuer? Sehr teuer. Eigentlich mag dein Cousin Paul nicht gern. Geld ausgeben. Komisch, dass seine Hochzeit so toll ist. Ich bin überrascht, dass die Braut so hübsch ist. Ich habe gerade mit dir gesprochen. Wusstest du, dass sie Ärztin ist? Was? Wo hat Paul eine so tolle Frau kennengelernt? Keine Ahnung. Sie ist viel zu gut für den Typ. Er sieht aus wie eine Kartoffel. Er sieht aus wie eine Kartoffel. Und er duscht nie. Aber nett, dass er uns eingeladen hat. Sei leise, da kommt er. Warte. Das ist nicht Paul. Du hast recht. Ich glaube, wir sind im falschen Hotel. Schnell, lass uns gehen. Nein, lass uns noch ein bisschen bleiben. Sie bringen gerade die Torte. Mutta, nee, ich sind schon. Eric, ich bin König. Weißt du, dass er nicht mehr znejht. Wie ein... Ich will, dass er nicht mehr znaimal ist. Wie ein... ... Warneren inspiriert. Wie ein另-Ger walls. Sie rührt, jawohl. Dаньше JUDYface. Sie müssenANCen aufmelden. タン. Untertitelung. BR 2018